Dann könnt ihr, nachdem ihr das Wandgemälde besiegt habt, wieder die Treppen nach unten treten und schnaufend nach Gorgelmogel suchen. Die mit einem leisen, spitzen Schrei nach unten gestürmt, das von ihrem Aberglauben an Schamanen gepackt, findet ihr sie dann einige Treppenstufen später, wie sie dort ängstlich nach oben schaut. Ja, sie hockt da und redet schnell auf Goblinisch vor sich hin. Vielleicht ist das auch so eine Art Gebet irgendwie. Sie wiederholt immer wieder die Worte Mailamrektai und hält ein vertrocknetes Elfenohr in der Hand. Gorgelmogel, wir haben das Bild besiegt. Wir haben es zerstört. Schamanenkraft weg! Ja, das hoffe ich doch. Ich denke schon. Hohohoho, danke Mailamrektai, dass du uns beschützt hast. Ja, ich muss zugeben... Gib dem Elfluor einen Schmatz. Ich muss... Äh, Travigor mustert das ein bisschen abgewünscht. Äh, ich muss zugeben, ich hatte auch ein wenig Angst, aber... Es ist besiegt. Und diese, diese Falle, diese garstige Falle des, äh, des Drachen haben wir besiegt. Kein Glück, dass ihr so tapfer seid. Ja, der Baron ist sehr tapfer gewesen. Abdank, abdank. Das wird man nicht oft genug. Ja, wenn ihr nicht vorgestimmt wäre, ich glaube, ich wäre hinter der Gobliner hinterher gerannt. Danke. Äh, Travigor will nicht Menschenkenntnis würfeln. Er nimmt das Kompliment einfach so an. Ja, während ihr in der Dunkelheit der Turmruine steht, haben bisher noch keine richtigen Fackeln angezündet. Nur Gorgelmogel kann hier etwas mit ihrer Dunkelsicht und Nachtsicht... Was hast du von meiner? Nachtsicht. Nachtsicht. Ähm, haben die anderen beiden wohl das Gefühl, als würden die Steine um euch herum sich bewegen? Noch so ein, wenn ihr genau hinhört, Schaben oder Schleifen könnt ihr hören, habt ihr zumindest das Gefühl. Noch mehr Magie. Das ist ja echt furchteinflößend. Und, äh, dann würde ich sagen, äh, machen wir die Fackeln an, ich zungere meine Öllampe an und, ähm, ähm, äh, dann gehen wir da runter. Ja, je schneller wir hier durch sind, desto schneller sind wir draußen. Wir hätten fragen sollen, ob der Priot nicht mitgekommen wäre, der hätte doch sicherlich irgendwas gegen die Magie machen können. Ja, sicherlich, sicherlich, aber der ist auch schwer beschäftigt und, äh, damals wusste ich ja noch nicht von der, von dieser Magie, sonst würde er wahrscheinlich auch nicht mitgehen. Also, ähm, äh, ich, äh, Travigor entzündet seine Öllaterne. Harkon würde denn eine Fackel entzünden. Okay. Und, äh, so fühlt ihr euch dann doch etwas sicherer, wenn ihr die Steine noch einmal abtastet, äh, mit euren Blicken und auch vielleicht mit euren Händen. Sie bewegen sich doch nicht, aber Schaben, jetzt hört ihr sowieso noch das Prickeln der Fackel und Öllampe, die so ein bisschen zischt und... Äh, nun denn, ähm, äh, Harkon geht gerne vor. Ja. Und, ähm, ich würde dann erstmal ein paar Meter in den Raum weiter reingehen. Ja, wenn ihr die Treppe nach unten gekommen seid, steht hier erstmal in einem großen Säulengang, der vor euch aufragt. Guckt euch ein bisschen um und, äh, könnt dann, äh, außer den vielen Säulen am Rand, links, rechts, jeweils zwei Reihen, äh, nicht viel erkennen. Und eine Tür, eine große Portaltür, die wohl, äh, aufgebrochen worden ist, mit viel Gewalt, mit viel Kraft und auch einiges Feuer, einige weitere Kämpfe, die ihr erkennen könnt. Einige Säulen sind wohl auch umgestürzt. Ja. Das war wohl ehemals ein großer Rittersaal. Ich hoffe, die Decke fällt uns hier nicht auf den Kopf, aber, äh, naja, das wird wohl schon eine Weile so gehalten haben. Ja. Hier hat man sicherlich auch gut feiern können. Kaum vorstellbar in dem Zustand, wie es jetzt ist. Äh, sollen wir diese Seitentür da mal versuchen, oder diesen Seitengang? Ja, sieht auf jeden Fall nicht so ramponiert aus, wie diese große Flügeltür da vorne. Äh, na dann, äh, geht vor euch. Ja, okay. Ich folge euch auf dem Schritt. Ja, und so tretet ihr hinein in den Raum. Mit jedem Schritt das Gefühl, dass die Dunkelheit euch mehr umarmt, dass die Regenschauer von draußen mehr zu hören sind. Der erste Gang zu eurer Linken. Ihr dreht euch ein bisschen immer an den Säulen entlang, damit ihr irgendwas im Rücken habt. Ist wohl eingestürzt. Unter dem Berg natürlich kein Problem. Da schläft schon der ein oder andere Gang mal ein. Aber, ihr könnt auch kennen, wie da zerbrochene Tische wohl mal standen. Irgendwelche Bierfässer, die ausgelaufen sind, wird es schon längst vertrocknet. Ein Drache, Alupier. Vor langer Zeit hat er hier gegen Bergot gekämpft. Als ob man in die Vergangenheit blicken würde. Als ob man immer noch die Stimmen und die Gesänge von Bergot hört. Irgendwie, wie er hier seine Märchen erzählt mit seinen anderen Rittersleuten. Vor einer vielen Jahrhundert muss das gewesen sein. Gute Bergot und wir gegen Drachenstritt. Oder die graue Klinge und das Drachenmaul. Hörte er wohl... Laut den Geschichten der Baden, die Travigor wieder in den Sinn kommen, eine Trollklinge. Schwert der Trolle, was allerdings so schwer war, dass er es umschmieden ließ zu einem gewaltigen Speer. Schuppenbrecher. Und der muss doch irgendwo hier sein, dieser Schuppenbrecher. Also haltet die Augen offen. Ich glaube, den werden wir nicht verfehlen. Wenn das so ein großer Speer sein soll oder Lanze, wurde doch gesagt. Ja, und sogar der Drache fürchtet sie. Dann muss es wirklich was Impulsantes sein. Seht ihr da schon was, Harkon? Ja, sieht so aus, als ob da was eingestürzt ist. Kannst du noch irgendwelche Schriftzeichen erkennen? Das sind Zahlen. 505-482-23. Einmal unterstrichen. Was sagt euch das was mit den Zahlen? Also, ich müsste kurz rechnen, um den Wahrheitsgehalt überprüfen zu können. Gebt mir. Haben wir die Zeit? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Sind das magische Zeichen? Schon wieder Schamanenkraft? Äh, ja, das sind Zahlen. Äh, 505-482 gleich, äh, 23. So große Zahl gibt's ja auch gar nicht. Das ist auch Blödsinn. Ah, äh, ja. Jetzt bräuchten wir Midas hier. Der würde das in Hand und Drehen ausrechnen können. Naja, äh, gehen wir weiter, oder? Ja. Ich war noch nie gut im, äh, Abzugsrechnen. Ich würde sagen, wir gehen an der Wand weiter lang. Da wissen wir wenigstens, dass wir von der einen Seite nicht angegriffen werden können. Das, äh, klingt taktisch. Gefällt mir. Ja, wenn eure Fackeln weiter vor euch den Raum erhellen und, äh, Gorgelmogel mit ihrer Nachtsicht, das Licht, das Licht an, dann blendet dich so ein bisschen, aber, gut. Ihr könnt erkennen, wie plötzlich vor euch eine rot-schwarze, schaumige Spur auftaucht. Und wenn ihr daran vorbeigeht, könnt ihr erkennen, wie es wohl ein Quellzentrum dessen gibt, was wohl ein geplatzter Mensch war. Doch ein Splitter, die noch in der Wand stecken. Und eine umgestürzte Säule. Auha. Äh, das sieht ja grundvoll aus. Äh, das war finstere Magie, oder? So wie der aufgeplatzt ist. Aus dem anderen Raum könnt ihr schlurfen von neben. Hört ihr das? Was war das? Ja, stimmt, ich hab auch was gehört. Ich würde weiter vorgehen, aber dabei probieren zu schleichen. Ein Waffel auf Schleichen. Ich würde erstmal stehen bleiben, aber mein Anderthalb hinterziehen. Ich bleibe auch stehen. Ja, das Schlurfen geht wohl weiter. Es ist nicht so ein Schlurfen, sondern auch so ein Kratzen von Metall auf Stein. Ich brauche immer noch die Leiche von dem geplatzten Mordbrenner. Das ist sicherlich einige Monate her, der Kampf gegen Alupia. Und wenn ihr zwei, drei Säulen weiter guckt in den Raum hinein, könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wie da zwei, drei Bolzenpfeile in der Säule drin stecken. Als ob ihr irgendeine mechanische Falle eines Zwergen oder so eine Grabkammer gesichert hätte. Aber vielleicht ist Alupia sogar in der Lage gewesen, so etwas hier aufzubauen. Mechanische Fallenkonstruktion. Vielleicht sind hier noch mehr. Also ich muss zugeben, mechanische Fallen, davor habe ich eigentlich keine Angst. Meistens hält das mein Kettenhemd, aber wenn die so von Magie erstellt wurden, läuft mir eiskalt über den Rücken. Akon, vor dir auf dem Boden liegen zwei Silbermünzen. Ich erblicke die Silbermünzen, schaue mich erst einmal nach links und rechts um und bück mich und hebe sie vorsichtig auf. Passiert. Dann lächle ich leicht und steck sie mir ein. Plötzlich könnt ihr erkennen, wie etwas aus dem anderen Raum hervorschnellt ein schwarzer Ballinitiative. Hat jemand von euch Dunkelangst oder sowas? Nee. Oder Raumangst? Nein. Während ihr euch versucht zu orientieren, auf Waffen fester greift und packt, allesamt ziemlich schnell. Da könnt ihr sehen, wie dieses schwarze Ding, was auf euch zu rast, auf Flügel, nur eine kleine Fledermaus ist. Switchert an euch vorbei und verschwindet irgendwo hinter euch im Treppenhaus. Da ist mir glatt das Herz in die Hose gerutscht. Äh, ja, also ich muss zugeben, das war, ja, unheimlich auf jeden Fall, unheimlich. Aber, äh, das hat dann wohl diese Geräusche gemacht, richtig? Ich glaube nicht. Ich hatte da was gehört, das irgendwie was Metallisches geklungen hat. Dann wurde man einen Raum, muss ein weiteres Kratzen. Oh, schlurft man. Oh. Vielleicht eine weitere Illusion, so wie das Bild, nur, äh, fürs Gehör. Ich glaube, sollen wir weiter vorgehen? Ja, lass uns weitergehen. Aber, lass uns bitte, lass uns aber bitte, ähm, weiter leise vorgehen. Gut, ja, ich bin ganz leise. Gugel Mugel, du kannst vor dir in der Ecke des Raumes erkennen, wie dort wohl ein uralter Foliant auf einem Pult liegt, in dicke, schwere Häute gebunden und an einer dicken Kette. Haben den anderen wohl übersehen. Hey, Travigor. Hm? Hey, warte mal, da ist so ein, äh, Ding sie zum drin lesen. Guck mal, in der Ecke. Ist das wichtig? Äh, tatsächlich, äh, ich kann ja mal gucken, was, äh, was das für ein Buch ist. Warte mal, warte mal, ich will mich erst umgucken. Äh, nicht, dass da noch eine Falle ist. Ähm, kann ich eine theoretische Fallenstellenprobe machen, um zu gucken, ob mir irgendwas merkwürdiges anfällt? Finde ich gut, finde ich gut, ja. Soll ich da irgendwas an den Talenten ändern oder einfach mal so schmeißen? Äh, würfel mal so, ich würde ein Talent gegen Klugheit austauschen. Okay. Da drin ist die Klugheit, dann würde ich die KK, würde ich austauschen gegen Klugheit. Ja, gleicher Wert. Ja, ich wollte gerade sagen, bei der 2 müssen wir da nicht überlegen. Und, ähm, es gibt hier zahlreiche Fallen, die sind wohl aber auch ausgelöst. Also du kannst, wie gesagt, erkennen, äh, Löcher in den Wänden, zumindest so mit deiner rechten und dann daneben, äh, zwei Säulen später dann die, die Pfeilschuss, ähm, Vorrichtung, wie auch mal Alup hier das hinbekommen hat. Glaubst nicht, dass das Bergort war, ähm, aber die ist ausgelöst worden. Ähm, und, äh, der Kampf, äh, auch dieser blutige Schaum hier mit dem ehemaligen Menschen, ähm, also hier wurde gekämpft und hier wurden Fallen ausgelöst. Und ob das Buch magisch verzaubert ist, das müsste einen, der Blick der Schamanen erklären. Mhm, aber eine mechanische Falle sieht er jetzt nicht. Eine mechanische Falle siehst du da nicht, nein. Travigor, äh, das sollte in Ordnung gehen. Ah, gut, äh, gut, äh, vortrefflich. Ähm, nun, ähm, ja, Travigor tritt mal ein paar Schritte vor und würde gucken, äh, ist es aufgeschlagen, das Buch? Nein. Ich glaube, schwerer von dir und. Sieht man den Titel des Buches? Wenn du näher herantrittst, ja. Ja, dann trete ich, äh, so nah ran, dass ich das erkennen kann. Leuchte mit der Sturmlaterne dahin. Und, äh, dadurch, dass ich dämmungssichtig bin, äh, brauche ich da vielleicht nicht ganz so nah heranzugehen. Achso, hast du von Prei aus bekommen, ne? Richtig. Es ist das Buch, wie man kämpft, reitet und Bier trinkt. Wie man kämpft, reitet und Bier trinkt. Äh. Das klingt sehr klug. Das wissen wir aber. Warum schreibt man darüber ein Buch? Äh, für Menschlinge, die nicht so klug sind. Vielleicht hat es auch ein Weiser, ähm, geschrieben. Weitere schlurfen aus dem anderen Gang. Ach, ach so, stimmt. Ach, komm, guck doch mal. Äh, um das Buch können wir uns später kümmern. Und ich glaube, die Hesinde-Geweihten, die würde das interessieren. Die wissen nämlich noch nicht, wie man, äh, kämpft. Ja, die können es ja dann nachher auch rausholen. Aber ich gehe dann mal weiter und gucke. Hm, ich folge euch. Und ich würde halt vorsichtig weiter vorgehen. Der Boden vor dir in dem Raum ist wohl gefließt. Du kannst sehen, wie Muster und Mosaiken darauf abgebildet sind. Müsste man jetzt genauer näher herantreten. Vielleicht ein bisschen von der anderen Seite sehen. Aber das ist wohl irgendeine Szenerie. Irgendwie eine tanzende Hofgesellschaft. Ansonsten, äh, du kannst in dem Raum sehen einige Tische, einige Stühle. Allerdings auch umgekippt. Und vor allem siehst du viele weitere Münzen. Vor allem viele Eisenmünzen, Kupfermünzen und wenige Silbermünzen. Der ganze Raum ist fast bedeckt. Von diesen Teilen. Ich gehe definitiv näher ran. Wir sollten da vielleicht schnell durch, denn wir müssen ans andere Ende. Da ist die Wendeltreppe und auf der Karte steht Gefahr. Erinnert euch. Aber seht ihr nicht da die ganzen Münzen? Münzen? Ja, das ist zu schade, um die da liegen zu lassen. Aber wir können uns darum jetzt nicht kümmern. Ich kann euch gut bezahlen, wenn wir wieder in meiner Baronie sind, in Dergelsmund. Also lasst die Münzen erstmal da. Die kann man eh nicht essen. Ich habe schon probiert. Das war nicht gut, als die wieder rauskam. Ihr seid ja ein Mann von Ehre, nicht wahr, Travigor? Selbstverständlich. Also wenn ich was bin, dann ein Mann von Ehre. Schmatzen aus dem Raum. Irgendwas ist mir geplatzt. Ich würde jetzt an den Türrahmen gehen und dann mit dem Kopf halt reingucken, um mich da umzuschauen. Das klingt fast so, als würde man in der Küche eines Alchemisten stehen. Zumindest aus der einen Ecke blubbert es. Und es schlurft weiter. Kann ich mal schnuppern? Kannst mal schnuppern. Oha. Was sagt meine Nase mir denn? Alt und faulig. Fast so faulig wie oben der Wandteppich. Eiter durchzogen. Gorgelmorgel wirkt einmal. Das hat man wirklich nicht oft gesehen, dass sie das gemacht hat. Egal bei welchen Sachen. Und sagt dann... Das riecht so wie das Teppichdingen da oben. Böse Schamaninnen macht. Vielleicht tatsächlich eine magische Illusion. Könnt ihr was sehen, Harkon? Ja. Kann ich was sehen, oder? Ja, kannst du was auf der Karte sehen? Nö, kann ich nicht. Nee, ich sehe leider noch nichts. Ich muss ein bisschen weiter reingehen. Leise weiter, ja. Ja. Und ich würde dann probieren, dort sehr leise reinzugehen. Kannst du ein verziehendes Geräusch hören, als ob irgendwie Wasser abgelassen wird? Oder... Wasser war das nicht wirklich. Irgendetwas blubb nochmal. Und dann wieder diese Schleifen von Metall auf Stein. Kratzen. Ich würde jetzt da an die Ecke gehen und wieder gucken. Ich erkenne nichts. Weiter rein. Weiter rein, okay. Und ich würde sofort anhalten, als ich was sehe. Ein großer Blob, ein Ding aus Schleim. Du kannst sehen, wie da wohl eine Sturmlaterne im Inneren sich bewegt und gluppt. Auch wenn das Öl mittlerweile ausgelaufen ist und auf der Oberfläche schlierend zieht, ein menschliches Oberkörper ist es zumindest noch. Und ein großer, schwerer Schild. Und wenn das Ding, diese Larve sich bewegt, dann zu sehen, wie ein Teil des Schildes, das müssen wohl die Mordbrenner gewesen sein, über den Stein schleift und kratzt und... Bei den Göttern, wer seid ihr? Bleibt von uns fern. Du kannst sehen, wie sich im Inneren das bewegt, eine große Schleimspur, die zurückbleibt und ein weiteres Blubben. Du kannst sehen, wie wohl ein Helm mit Geflügeln daran ist. Torwaller Helme. Ein weiteres Kratzen von dem Schild, was sich im Inneren bewegt und halb aufgelöst ist von den Säure, von dem Ding. Wie schnell bewegt es sich? Sehr langsam. Oh, sollen wir rennen? Sollen wir rennen? Ja, los, los, lass uns rennen. Lasst uns da hinten, zu der Wendeltreppe. Akon, du kannst sehen, wie in dem Inneren sich wohl auch noch drei, vier Goldmünzen befinden. Ja, ich werfe mal auf Selbstbeherrschung. Hast du Goldgear? Ja, hab ich. Dann Selbstbeherrschung auf Goldgear. Aber es ist sehr langsam, also ihr könnt von so einer Geschwindigkeit von zwei ausgehen. Ja, es ist misslungen. Ja, derweil kannst du hören, wie hinter dir Travigor anfängt zu laufen. Ich renne Travigor hinterher. Akon, kommt! Lass das Geld da! Das ist aber... Das ist so viel... Gold! Oh, ich würde dich fressen, ich würde dich fressen! Ich greife an. Okay, dann, Initiative! Der Blob hat eine Initiative von 6 plus 1 W6, dann bin ich bei 12. Kann ich unterbieten. Das kannst du sogar unterbieten, ja. Hast du keine Kampfreflexe oder sowas? Nee. Okay, dann, äh, ich bin dran und mache eine Aktion Position und würde dich dann mit einem Schleim-Blob angreifen. Möchtest du vorziehen? Akon. Dann nicht. Dann greife ich dich mit einem Schleim-Blob an und ich würde treffen für sagenhafte 1 W6. 5. Ja, ich würde probieren zu parieren. Du musst ein Schleim-Tentakel parieren. Jo. Dann würfel mal eine Körperkraft-Probe. Und du merkst, wie der Tentakel an dem Schild haftet. Und es nicht mehr loslässt. Was wollten die anderen tun? Travigo. Also wenn ich das sehe, dass hier mein Gefährt angegriffen wird, mein Kampfgefährt, dann würde ich, ähm, ja. Begründeten Sturmangriff auf dieses, ähm, ja, diese Amöge machen. Ein Schwertes heilig, ne? Travigo ist heilig? Naja, das kommt drauf an, ob ich mich ausreichend Travigo gefällig verhalten habe. Ah. Okay, ob es noch geweiht ist. Du hast dann alles nicht angegriffen. Ja, dann mach einen Sturmangriff. 4 Meter sollten ausreichen, ne? Äh, ja, sonst muss ich einen Schritt zurück noch machen, oder? Ja, dann kannst du auch den Schritt noch zurück machen, aber... Ja, das ist gleich mal 20. 20? Äh, muss ich den Nachwürfen richtig? Äh, ja, normalerweise macht er das automatisch, wenn du auf Attacke gehst, aber... Achso, das habe ich nicht gemacht. Ah, okay. Da rollt der Würfel wieder unendlich lange. Ist das, weil ich alt drücke? Kann das sein? Das kann sein, ja. Okay. 16, das ist... Äh, das ist, äh, kein... Äh, doch, äh, ist ein richtiger Patzer, wegen der Erschwernis. Ja. Waffe verloren, gegen einen Glob. Okay. Ähm, möchtest du deinen Schicksalspunkt benutzen? Äh, ja, gern. Gut. Dann würfel deine 20 nochmal neu. Hast du einen Schicksalspunkt? Ja, hast du. Und hat sein verloren. Dann ist das, äh, gelungen. Ja, genau. Äh, kurz vor deinem geistigen Auge hackst du einmal zu und siehst, wie dein Schwert, äh, von Prajodur gesegnet, in dem Blob verschwindet. Aber, äh, zum Glück war das nur irgendeine finstere Vision, die dich ereilt hat. Und, äh, die Larve platzt unter dir und, äh, spritzt so ein bisschen zu allen Seiten. Ähm, was war dein Sturmangriff? Dann darf noch Harkon... Soll ich noch Schaden ausprobieren? Ja, ich... Kannst du machen. Ich greife an.